Hier haben wir die Sira, das ist eine einjährige Labrador-Mischungshündin. Wir haben so ein bisschen den Verdacht, dass da eventuell ein bisschen Malinois mit eingekreuzt ist, weil sie einfach einen unglaublichen Arbeitseifer und Temperament hat. Und die ist im April dieses Jahres ausgesetzt worden, also sie war angebunden und war damals total verängstigt. Also die Tierarbeiter haben tagelang gebraucht, ehe sie sich überhaupt richtig anfassen ließ. Besonders schlimm war die Angst bei fremden Männern. Das ist auch heute noch so, aber man hat vielleicht auch in dem Video gesehen, dass sie sich an einzelne Männer sehr wohl schnell gewöhnt, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt. Aber sie hat bei fremden Männern anfangs immer noch sehr viel Angst. Was bei Sira ganz, ganz toll ist, sie hat ein unglaublich gutes Grundgehorsam. Also man kann sie ohne Leine laufen lassen. Sie gibt sich ganz viel Mühe, ihrem Besitzer alles recht zu machen. Sie kann am Fahrrad laufen und was auch ganz schön ist, dass sie sich mit allen Hunden super verprägt. Sie ist beim Spielen sehr budd. Also ein Spielkamerad muss schon ein bisschen standfest und darf nicht so zimperlich sein. Bei sich kannst du ganz gut, ne? Und was bei ihr ist, dass sie sicherlich wachsam wird, wenn man sie länger hat. Damit muss man rechnen. Das hängt auch ein bisschen mit ihrer Angst zusammen, wenn sie dann so die Rückendeckung hat. Alles in allem ein super Hund für sportliche Interessenten ohne Kinder und mit ein bisschen Wunderfahrung. Das hängt auch ein bisschen an. Untertitelung des ZDF, 2020